Alle im Anzug zur Admira, verkündete die Society Graz als Mottofahrt anlässlich der 11. Liga-Zwei-Runde. Die Heimseite hatte angekündigt, den 118. Vereinsgeburtstag gegen den GAK im Liga-Zwei-Fluglichtspiel am Freitagabend gebürtig nachzufeiern. Der FC Admira Wackermödling entstand aus einer 1971 getätigten Fusion des 1905 gegründeten SK Admira Wien und des 1906 ins Leben gerufenen SC Wackermödling. Die Heimseite leitete die Partie mit klassischen schwarz-weißen Fahnen und etwas Pyrotechnik ein. Im Gästeblog gab es eine dem ausgerufenen Motto entsprechende Choreografie. High Society hieß es in gelb-schwarz im ersten Schritt zum weiß-roten Zettel-Intro. Darauf folgend wurde im Unterrang ein Blockfahnen-Element emporgezogen, worauf ein Ausschnitt des Gruppenlogos der Society Graz zu sehen war. Mit Bengalus rundete man die Choreo ab. Nach Seitenwechsel zelebrierten die Admiraner ihr 118-jähriges Bestehen mit Fahnen und ordentlich Pyro. Im Auswärtssektor erleuchteten hinter einem Society Graz Geldschein ebenfalls zahlreiche Fackeln. Auf sportlicher Ebene trennten sich die Mannschaften mit einem torlosen Remis. Die Grazer bleiben an erster Stelle und die Südstädter rückten auf die Acht. Für mehr solcher Spielberichte abonniert gerne den Kanal.